Amen. So, ich möchte einen Predigtext vorlesen für heute. Der steht in Matthäus Evangelium Kapitel 14. Das ist eine Geschichte und ich lese sie dir vor. Es sind ein paar Verse. Matthäus Evangelium Kapitel 14, Verse 22 bis 33. Ich lese aus der Schlachter Übersetzung. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er mit dem starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff Waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. So eine sehr starke Geschichte und ich habe drei Punkte für dich. Der erste Punkt lautet, die erste Botschaft ist, Petrus war ein Held, okay? Petrus war ein Held. Klingt erstmal nicht so, wenn man die ganze Geschichte gelesen hat, aber du kannst mal zu deinem Nachbarn sagen, ey, also Petrus war echt ein Held. So, Petrus war ein Held. An dieser Stelle ist es oft so, wenn von diesem Geschichte die Rede ist, dann wird Petrus oft gedisst, sagt man heute, ja? So, Petrus, das war der Zweifler, der Kleingläubige, der Ungläubige und so weiter, der also eins singt. Aber man muss erstmal Folgendes dabei wahrnehmen, da saßen elf Jünger im Boot, außer Petrus, ja? Elf andere Jünger, die überhaupt nicht auf die Idee kamen, aus dem Boot zu steigen. Die kamen überhaupt nicht auf diese Idee, die Petrus hatte. Und als Petrus mit Jesus redet und sagt, ey, Jesus, wenn du es bist, dann ruf mich und dann will ich zu dir auch auf dem Wasser kommen, da hätten ja die anderen auch alle auf die Idee kommen können und sagen, wow, stark, oh ja, ich auch, Jesus, ich will auch, ja? Keiner von denen sagt das. Und vielleicht haben sie sich aber erstmal gesagt, ich schaue mir das erstmal an, was jetzt passiert, ja? Ich gucke mir das erstmal an und dann vielleicht auch noch, aber jetzt gucke ich mir erstmal an, was jetzt passiert. Und deswegen die erste Botschaft ist, Petrus war viel mutiger als die anderen elf. Und das ist die erste Frage, die der Text an uns stellt, ja? Bist du einer wie Petrus oder bist du einer der elf Jünger, die zuschauen, während andere aus dem Boot steigen und ihre Glaubensschritte gehen, die dann vielleicht mal zu kämpfen haben, aber die dann auch Glaubenswunder erleben. So manchmal sitzen die elf Jünger sogar im Boot und schauen nicht nur zu, sondern kommentieren noch. So wie bei Fußballspielen, ja? Oh ja, gut, gut, gut. Oh nein, 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 schlecht, 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 ja? Oh, guter Start. Oh, guck mal, er geht auf dem Wasser. Oh, guck mal, er sinkt ein. Wir haben es doch gewusst. Petrus, wir sind schlauer als du. Wir haben es gewusst, es funktioniert nicht, ja? Dann kommentieren sie wie bei Fußballspielen vom Boot aus. So, im Boot ist es sicherer natürlich, klar, ja? Das kennt man, aber im Boot erlebt man keine Wunder. Die elf im Boot haben zugeschaut. Aber sie selbst haben das Wunder nicht erlebt. Sie haben zugeschaut bei einem Wunder. Und die erste Frage von diesem Text an uns ist, wie viele Wunder kannst du aus deinem eigenen Leben erzählen? Es ist auch cool, viele Wunder, die man miterlebt und die man auch erzählen kann von anderen um einem herum. Wow, der hat das erlebt, der hat das erlebt. Guck mal, was Jesus alles machen kann. Und wie viele hast du selbst erlebt? Wie viele Wunder hast du selbst erlebt? Oder bist du eher einer von denen, die zuschauen, während andere aus dem Boot steigen und dann ein Wunder erleben und sagen, wow, ich war dabei, ich habe echt gesehen, wie ein cooles Wunder passiert ist. Das baut auch Glaube, das ist auch stark, aber es ist nicht dein Wunder. Es ist ein Wunder, was Jesus gemacht hat, aber er hat vielleicht den Glauben von jemand anders gebraucht, um dieses Wunder zu tun. Wenn du eher einer von den elf Jüngern im Boot bist, dann wird es Zeit für dich, dass du wagst zu glauben. Weil Glaube gibt es nicht ohne Wagnis. Dann wird es Zeit, dass du auch bereit bist, aus dem Boot zu steigen und Schritte aufs Wasser zu gehen und deine eigenen Wunder erlebst. Im sicheren Boot der Beobachtung, das Boot der Beobachtung, die Zuschauerränge im Boot, im sicheren Boot der Beobachtung, bewegen wir uns im sicheren Rahmen. Da brauchen wir keine Wunder. Das funktioniert auch so, im Boot zu sitzen. Aber weil wir keine Wunder brauchen, erleben wir sie auch nicht. Wunder sind in der Regel eigentlich keine Luxusprodukte. Wunder gibt es dann, wenn wir sie brauchen. Nicht als zusätzlichen Luxus. Und Wunder passieren immer da, wo Menschen bereit sind, aufs Wasser zu gehen. Irgendwie gibt es das nicht ohne, sondern irgendwie hängt das immer damit zusammen, dass Menschen glauben und weil sie glauben, etwas wagen. Und irgendwie geht das nicht ohne. Ohne Glaube keine Wunder. Und das heißt aber auch ohne Wagnis, ohne Herausforderung keine Wunder. Glaube findet nicht im sicheren Boot statt. Sag mal zu deinem Nachbarn, Glaube findet nicht im sicheren Boot statt. Weil Glaube ist nicht das Fürwahrhalten von irgendwelchen Glaubenssätzen, sondern Glaube ist Action. Da passiert was. Und Glaube geht deswegen immer Hand in Hand mit Wagnis. Wir müssen etwas wagen. Ausdruck von Glaube ist es, etwas zu wagen. Und das ist Glaube, der in Aktion ist. Und solcher Glaube setzt eben auch Wunder frei. Das war schon der erste Punkt. Ich mache etwas schnell, weil ich habe nämlich gesehen, erschreckend, als ich fertig war mit Schreiben, wie viele Seiten ich habe. Das sagst du jetzt nicht. Aber zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Zweifel folgen einer falschen Logik. Zweiter Punkt. Zweifel folgen einer falschen Logik. Und insgesamt heißt meine Predigt zweifellos. Zweifellos. Oder wie werde ich zweifellos? Ja? Zweifellos. Zweifellos. Oder wie werde ich zweifellos? Also zweiter Punkt heißt, Zweifel folgen einer falschen Logik. Ich lese dir nochmal die Verse 28 bis 31. Petrus aber antwortete ihm, nämlich Jesus, und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, er griff hin und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus war nicht ein Ungläubiger, sondern ein Kleingläubiger. Das ist ein Unterschied. So eigentlich wirkt es zunächst völlig klar und völlig logisch, was Petrus hier macht und was mit Petrus passiert. Und wie gesagt, die Jünger saßen vielleicht im Boot und sagten, siehst du, haben wir es doch gewusst, ist völlig klar, völlig normal, dass es kommt, das musste kommen. Ja, er ist ein super Start, er steigt also aus dem Boot aus und bekommt überhaupt erst mal auf die Idee, aus dem Boot auszusteigen. Allein das ist schon genial. Das hat er schon den anderen Jüngern etwas kräftig voraus. Und er tut es also wirklich, Jesus ruft ihn, er tut es wirklich, er steigt aus dem Boot aus, er geht auf dem Wasser und erst geht er wirklich einige Schritte auf dem Wasser. Wow, wie gesagt, Petrus ist ein Held. Aber dann denkt man so ganz menschlich, Mensch, völlig klar, das musste kommen, so ungefähr, ja. Es gibt nicht nur starke Wellen, es gibt auch starken Wind und irgendwann schaut er plötzlich auf den Wind, heißt es, und fängt an zu sinken. So, er schaut plötzlich auf den Wind und in dem Moment setzt sein Denken wieder ein. Vorher hat er einfach nur Jesus gesehen und gesagt, Jesus, wenn du es bist, ruf mich, ich komme aufs Wasser und dann ist er aufs Wasser gegangen und in dem Moment, wo er den starken Wind sieht, setzt sein, in Klammern, griechisches Denken wieder ein. So, wir sprechen immer wieder vom Geist des Söhne Zions, von jüdisch-hebräischem Denken oder einer Denkkultur, die wir griechisches Denken nennen, was nichts mit Griechenland und griechischen Menschen zu tun hat, sondern eine Denkkultur ist, von der das Abendland und auch weit darüber hinaus viele, viele geprägt sind. Verstehe ich es nicht falsch, es geht nicht um Griechenland und um griechische Menschen, die lieben wir, die dissen wir nicht, sondern es geht um eine Art des Denkens, das nicht passt zu biblischem Denken. Also, es setzt plötzlich sein Denken wieder ein, als er den starken Wind sieht und er fängt an nachzudenken. Moment, Moment, wie war das nochmal? Wie bin ich denn in diese Situation gekommen? Moment, kann man eigentlich auf Wasser gehen? Ist eigentlich jemals jemand auf Wasser gegangen? Er fängt an nachzudenken, eigentlich ist das völlig Quatsch, was ich hier gerade mache. das geht doch eigentlich gar nicht. Und sein Denken findet also ganz blitzschnell das heraus, das geht eigentlich gar nicht. Wasser trägt nicht. Ich habe nicht drüber nachgedacht, aber Wasser trägt nicht. Das hat noch niemand vorher gemacht. Das sagt ihm sein Denken plötzlich. Wie kam ich bloß in diese blöde Situation, in die ich mich gebracht habe? Jetzt stehe ich hier auf dem Wasser. Wer kam denn auf diese Idee? Hätte ich nur ein bisschen mehr nachgedacht, wäre ich mal nicht immer so spontan. Es war ja klar, dass das nicht geht. Das klingt sehr logisch, oder? Ist logisch, oder? Würdest du sagen, es ist eigentlich logisch, was er jetzt gerade alles hier herausfindet in dem Moment, als er den Sturm sieht? Sehr menschlich, sehr normal. Klingt total logisch. Die Frage ist, ist es das wirklich? Ist das wirklich logisch? Musste Petrus so denken? Wenn wir uns die Situation ganz genau anschauen und genau schauen, was der biblische Text sagt, dann hätte es noch eine andere Art von Logik gegeben. Von Logik. Eine andere Art von Logik. Eine andere Logik, die genauso klar und genauso logisch ist, aber anderen Gedankengängen folgt. und eigentlich am Ende wesentlich überzeugender ist. So, man darf eins nicht übersehen, als Petrus auf den Sturm schaut und bei ihm dieses Denken einsetzt. Was war bis dahin passiert? Petrus hatte Jesus übers Wasser gehen sehen. Und selbst in dem Moment, als Petrus auf den Sturm schaut und anfängt zu sinken, es kommt ja darauf an, wir schauen jetzt alle auf den Sturm, weil die biblische Geschichte uns so leidet. Schauen wir alle auf den Sturm. Wir schauen nicht mal darauf, dass direkt vor ihm Jesus immer noch auf dem Wasser steht. Jesus steht immer noch vor ihm auf dem Wasser. Und dazu kommt auch noch, Petrus hatte schon eine Menge, Menge Wunder mit Jesus erlebt, als diese Geschichte kommt. Sie kamen direkt von einer riesen Wundergeschichte. Sie sind ins Boot gestiegen, nachdem Jesus 5000 Männer plus Frauen plus Kinder mit fünf Broten und zwei Fischen ernährt hatte. Ein Ernährungswunder, ein Vermehrungswunder. Am Ende waren zwölf Körbe übrig, was überhaupt nicht geht von fünf Broten und zwei Fischen. Selbst wenn du die direkt so in die Körbe tun würdest, wären das keine zwölf. Geschweige denn, dass 5000 davon gegessen haben. 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Direkt nach diesem Wunder waren sie in das Boot gestiegen und jetzt war diese Situation. Von diesem Wunder direkt auf dem See, da wären andere Gedanken als die Gedanken, die Petrus plötzlich gedacht hat, wären eigentlich noch viel logischer gewesen. Aber mit einer anderen Logik, mit anderen Gedankengängen. Er hätte nämlich auch Folgendes denken können. Eigentlich spricht alles dagegen. Eigentlich spricht alle Erfahrungen dagegen. Eigentlich trägt Wasser nicht. Das hat es noch nie gemacht. Eigentlich hat es noch niemals jemand gemacht, auf dem Wasser zu gehen. Aber, Jesus kann das offensichtlich. Er steht ja vor mir auf dem Wasser und ich habe ihn gehen sehen übers Wasser. Also kann das Jesus ja. Und ich habe so viele unmögliche Wunder mit Jesus schon erlebt. Ich muss nur gerade an den Abend denken vorher. Wir waren zusammen und er hat 5000 Männer plus Frauen plus Kinder mit 5 Broten und 2 Fischen ernährt. Und am Ende waren 12 Körbe übrig. Das ist unmöglich. Das ist übernatürlich. Das ist doch kein Wunder. Petrus hatte das gerade gesehen. Und er könnte eigentlich sagen, Mensch, ich habe all das gesehen, was Jesus gemacht hat. Eigentlich gehen diese Dinge nicht. Aber Jesus kann das. Und er hat mich gerufen. Und wenn er, er steht jetzt noch da auf dem Wasser. Wenn er das kann und er mich gerufen hat, dann geht das. Das ist doch völlig logisch, oder? Es ist gar nicht so logisch, wie man so denkt. Ach klar, natürlich hat er gezweifelt. Natürlich. Ja, klar, natürlich, man kann nicht auf dem Wasser gehen. Ja, aber da stand Jesus auf dem Wasser vor ihm. Sichtbar. Alle haben es gesehen. Es war viel logischer, anders zu denken. Aber er folgte einer falschen Spur. So, wir lernen etwas unglaublich Wichtiges hier über Glaube, was die Bibel Glaube nennt. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Glaube ist nicht das für Wahrheiten von irgendwelchen Wahrheiten, Glaubenssätze. Glaube meint ein persönliches Vertrauensverhältnis in der Bibel. Das ist Glaube. Ein persönliches Vertrauensverhältnis. Glauben heißt, ich vertraue Gott. Glauben heißt, ich vertraue Jesus. Ich habe ein Vertrauensverhältnis zu Jesus. Ich glaube Jesus. Ich vertraue Jesus. Glaube ist auf eine Person gerichtet, nicht auf irgendeine Wahrheit. Ich vertraue Gott, ich vertraue Jesus und weil ich Gott und weil ich Jesus vertraue, deswegen vertraue ich auch seinem Wort. Nicht das Wort an sich halte ich für wahr. Ich halte das Wort wahr wegen dem, der es gesagt hat. Das ist Glaube, das ist biblischer Glaube. Er hält das, was Jesus gesagt hat, für wahr und für vertrauenswürdig, weil Glaube Jesus vertraut. Weil er Gott vertraut. Manchmal denken Menschen, dass das Glaube wäre, dass man irgendwelche Glaubenssätze für wahrhalten muss. Also wenn man Christ ist, dann muss man es für wahrhalten, dass die Erde von Gott geschaffen wurde in sieben Tagen. Wenn man glaubt, wenn man Christ ist, dann muss man es für wahrhalten, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde und dann sagen Menschen, das kann ich nicht glauben. Damit fängt es nicht an. Dass du diese Dinge glauben kannst, das ist das Ergebnis einer Vertrauensbeziehung, wo du an vielen, vielen anderen Punkten erlebt hast, dass Gott treu ist und dass sein Wort absolut wahr ist, dass es funktioniert, dass es alles hält, was es verspricht, dass es in deinem Leben all die Ergebnisse bringt, die es sagt. Und je mehr du das erlebst, umso mehr vertraust du seinem Wort insgesamt. Und dann kannst du alles auch vertrauen und glauben, Gott hat es gesagt, es ist wahr, weil Gott hat es gesagt, weil ich habe so und so viel mit Gott schon erlebt. Gott hat es gesagt, deswegen kann ich das glauben, aber damit fängt es nicht an und daraus besteht es nicht, dass ich irgendwelche Glaubenssätze für Wahrheit. Glaube ist eine Vertrauensbeziehung. Du glaubst und vertraust dem lebendigen Gott, weil du ihn kennengelernt hast, weil du ihn in deinem Leben erlebst, weil sein Wort wahr und verlässlich ist. und deswegen glaubst du seinem Wort, weil er es gesagt hat. Hinter der Bibel steht die ganze Autorität Jesu. Er ist das Wort Gottes. Er hat diese Worte gesagt. Deswegen glauben wir diese Worte, weil wir ihn kennen und weil wir Vertrauen zu ihm haben und schon ganz oft in unserem Leben erlebt haben, wie sehr wahr sein Wort ist. Es ging also nicht darum, Petrus sollte nicht auf dem Wasserstand dann proklamieren, oh, oh, ich glaube, dass Wasser trägt. Ich glaube, dass Wasser tragen kann. Nein, darum ging es nicht. Oder er sollte auch nicht proklamieren, ich glaube, dass es möglich ist, auf Wasser zu gehen. Nein, es ging nicht um solche Glaubenssätze. Es ging um sein Vertrauen zu Jesus. Ich glaube, dass ich auf diesem Wasser gehen kann, weil Jesus mich dazu gerufen hat. Eigentlich kann man das nicht. Aber ich glaube, dass ich auf diesem Wasser gehen kann, weil Jesus mich dazu gerufen hat. Weil Jesus das gesagt hat. Deswegen geht es. Eigentlich geht es nicht, aber weil Jesus das gesagt hat. Deswegen geht es. Und weil er dasselbe offensichtlich drauf hat. Er kann das. Ich sehe es ja vor mir, dass er das kann. Er tut es ja selber. So glaube ich, ist nicht unlogisch, er folgt einer anderen Logik. Er ist völlig logisch, aber er folgt einer anderen Logik als der Logik griechischen Denkens. Und Zweifel folgt der falschen Logik. Das kannst du noch mal, wenn du willst, zu deinem Nachbarn sagen. Zweifel folgt der falschen Logik. Wir kommen zum dritten Punkt. Drittens, der richtige Platz für unser Denken. Das kannst du auch noch mal, wenn du willst, zu deinem Nachbarn sagen. Dein Denken braucht den richtigen Platz in deinem Leben. Dein Denken braucht den richtigen Platz in deinem Leben. So, also drittens, der richtige Platz für unser Denken. Glaube schaltet Denken nicht aus. und falls du das jetzt irgendwie schon erwartet hast, nein, dazu werde ich dich nicht auffordern. Ich denke selber gerne. Glaube schaltet Denken nicht aus, aber dieses Denken folgt einer anderen Spur als das Denken der Welt. Glaube schaut auf Jesus und vertraut ihm. So, wie geht das? Es hilft uns, dass wir die Geschichte des ersten falschen Gedankens in der Weltgeschichte anschauen. Geschichte des ersten falschen Gedankens in der Weltgeschichte. Es war ein Reihenfall, der große Folgen hatte. Wir lesen ihn in 1. Mose 3, Vers 1 bis 3. Wir nennen es die Geschichte des Sündenfalls. 1. Mose 3, 1 bis 3. Aber die Schlange, die Schlange steht hier, um es gleich zu erklären, für den Teufel. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. So, die Schlange, also der Teufel, das Ganze findet im Paradies statt, im Garten Eden. Den Menschen geht es unglaublich gut, sie haben nur Gutes erlebt und es gibt eigentlich nur Gutes im Garten Eden, außer diese Schlange, die kommt. Die Schlange sagt wortwörtlich im Hebräischen etwa zu Eva folgendes. Wirklich, dass Gott gesagt hat, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wirklich, hat Gott das gesagt? Also eigentlich, es fängt mit dem wirklich an im Hebräischen und das heißt, das ist die erste direkte Infragestellung Gottes. Wirklich, Gott hat sowas gesagt? Die ganze Fragestellung steckt voller Misstrauen schon und voller Infragestellung. Es ist nicht nur eine Frage, es ist eine Infragestellung. Und deswegen ist Eva auch erstmal völlig verwirrt, weil da ist etwas in dieser Frage, was sie überhaupt noch nicht kennt, dass man nämlich Gott in Frage stellt. Es gab keinen Grund dafür bisher. Sie waren im Paradies, es ging ihnen unendlich gut, da gab es überhaupt nichts Böses. Also sie hatten das Paradies. Ich meine, wie willst du da misstrauisch sein gegenüber Gott? Es gab keinen Grund. Gott war unendlich gut zu ihnen, sie erlebten seine ganze Liebe und all das. Und dann kommt also diese Frage plötzlich, wirklich, das hat Gott gesagt? Ich lese die Frage nochmal. Sollte Gott wirklich gesagt, also wirklich, das hat Gott gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Was völlig Quatsch ist, völlig verdreht. Eva antwortet, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. So, Eva übertreibt ein bisschen. Das mit dem Anrühren hat Gott nicht gesagt, aber das Essen. Aber, was ganz, ganz eigenartig in der Antwort von Eva ist, ist, wie ungenau ihre Antwort ist. Und das ist keine Kleinigkeit. Ihre Antwort ist unglaublich ungenau. Wir lesen mal, was der Herr wirklich gesagt hatte. Das steht in 1. Mose 2, Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ allerlei, nein, was er gemacht hatte, meine ich, Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und dann heißt es auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Welcher Baum stand mitten im Garten? Welcher Baum stand mitten im Garten? Der Baum des Lebens. Ich habe es extra nochmal im Hebräischen nachgeschaut, das ist eindeutig. Es steht da, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ess nicht davon, sagt also Eva zur Schlange und was Gott getan hatte und gesagt hatte, er hatte zwei Bäume geschaffen, also viele, viele Bäume, die alle herrlich sind und lieblich anzusehen und dann heißt es eben in 1. Mose 2, Vers 9 auch den Baum des Lebens mitten im Garten. Ich lasse ein bisschen Pause und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn man unbedingt will, kann man das noch irgendwie dazuziehen und sagen, okay, die beiden standen mitten im Garten oder der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen stand direkt neben dem Baum des Lebens. Könnte man sagen, ist wahrscheinlich falsch, eigentlich heißt es ganz klar, der Baum des Lebens steht mitten im Garten. Aber selbst wenn man das noch dazuziehen würde, dann wäre klar, dass da zwei Bäume stehen und nicht einer alleine. Ganz klar heißt es über den Baum des Lebens, dass er mitten im Garten steht und nicht über den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Die Antwort von Eva an die Schlange ist aber von der Frucht des Baums, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ess nicht davon. Nein. Er hatte gesagt, ess nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Davon sollt ihr nicht essen. So war die Rede Gottes. Also die Antwort ist ganz eigenartig ungenau. Gott hatte verboten, ausdrücklich vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Nur vom Baum des Lebens heißt es ganz klar, dass er in der Mitte des Gartens steht. Warum ist das so wichtig? Gott hatte nur von einem Baum verboten zu essen. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Warum ist das so wichtig? Die Frage ist, warum war Eva so ungenau in ihrer Antwort? Wie kommt sie zu einer Antwort? Gott hat ganz klar gesagt, ihr sollt von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen dürft ihr nicht essen. Und sie sagt, wir sollen von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, nicht essen. Wenn man will, könnte man sagen, da stehen zwei. Aber es könnte sogar sein, da stand nur der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und der andere Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, war irgendwo anders. Oder ein bisschen davon entfernt. Warum ist die Antwort von Eva so ungenau und was sagt uns das? So, dass eigentlich, wenn wir uns das zweite Kapitel anschauen von 1. Mose, dann ist es so, dass Adam hatte dieses Verbot von Gott bekommen. Und zwar, als es Eva noch nicht gab. Gott hatte zu Adam dieses Gebot gesagt. Oder dieses Verbot von diesem Baum sollt ihr nicht essen. Und das heißt, wir müssen ein bisschen mal drüber nachdenken, was ist wohl passiert, dass Eva so unklar und so ungenau zur Schlange antwortet, als die so fies, misstrauisch kommt. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Hatte Adam ihr den Namen des Baumes überhaupt genannt? Mal die erste Frage. Wie war die Kommunikation zwischen Adam und Eva? Adam war verantwortlich dafür, dass dieses Verbot eingehalten wird. Hat Adam überhaupt an Eva alles weitergesagt, was Gott ihm gesagt hat? Das ist mal die erste Frage. Kannte sie den Namen des Baumes überhaupt? Hatten sie vielleicht auch nur kurz drüber gesprochen? Ach, übrigens, wolltet ihr noch sagen, da ist also ein Baum, von dem sollen wir nicht essen. Da heißt übrigens Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und vielleicht war ihr das nicht so wichtig. Das ist die andere Geschichte. Vielleicht war das Eva nicht so wichtig. Sie wusste, okay, da gibt es irgendwie einen Baum oder ja, ich hatte den mal gesehen, da ungefähr steht er so in der Mitte, da irgendwie, von dem sollen wir also nicht essen. Vielleicht war ihr das egal. Gar nicht so wichtig. Okay, ich weiß, ich habe den gesehen, ich weiß, wie der aussieht, davon soll ich also nicht essen. Aber eins ist ganz klar, egal wie es zwischen Adam und Eva war, Eva hat nicht wirklich drüber nachgedacht. Verstehst du, was ich meine? Was wir wirklich daraus schließen können, ist, dass sie so ungenau antwortet, dass sie sagt, ach, so von diesem Baum in der Mitte des Gartens, da sollen wir nicht essen. Das war gar nicht das, was Gott gesagt hatte. Gott hatte gesagt, vom Baum der Erkenntnis aus Gutem und Bösen sollt ihr nicht essen. Und das heißt, sie hat sich gar nicht damit beschäftigt. Das war ihr gar nicht so wichtig. Sie hat offensichtlich nicht drüber nachgedacht. Deswegen ist es auch egal, wie der heißt. Der ist da ungefähr. Verstehst du, was ich meine? Sie hatten vielleicht auch miteinander nicht viel drüber gesprochen. Der Punkt ist, Glaube schaltet Denken nicht aus. Im Gegenteil ist es so, dass die Bibel uns an vielen Stellen auffordert, nachzudenken. Und sie nennt das ein bisschen anders, nämlich einer bestimmten Logik folgend. Ich lese dir mal vor aus Psalm 1, Vers 1 und 2. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Die Bibel nennt es Nachsinnen über die Gebote Gottes. Nachsinnen über das Wort Gottes. Nachsinnen über das Gesetz Gottes. Sowohl dem, der Tag und Nacht nachsinnt über dein Wort. Oder Psalm 119, Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Glaube sagt gar nicht, du sollst nicht nachdenken. Nee, sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, du sollst nachdenken, aber in der richtigen Art und Weise. Du sollst über die Gebote Gottes, über das Wort Gottes, über das Gesetz Gottes, über alles, was Gott sagt, du sollst über sein Wort, das soll uns beschäftigen. Wir sollen darüber nachsinnen. Und offensichtlich hat Eva das nicht wirklich getan. Sonst wäre der Name des Baumes nicht so unwichtig, den zu nennen oder sie nennt es vielleicht sogar falsch. Und das ist, ich sage dir gleich, was ich denke, was die Konsequenz davon war. So hätte Eva zusammen mit Adam das getan, was hier in dem Psalm steht, Psalm 1, Psalm 119, an vielen, vielen anderen Stellen, dass wir nachsinnen sollen über das Wort Gottes. Hätten Adam und Eva über dieses eine Gebot, sie haben ein Gebot von Gott bekommen, ein Verbot, ein einziges. Sie hätten darüber reden können. Sie hätten das machen können, was da in dem Psalm steht. Hey, Gott hat uns ein Verbot gegeben. Komm, wir gehen mal hin und gucken uns mal diesen Baum an und lass uns mal miteinander darüber reden. Lass uns mal nachdenken, was Gott da beschäftigt hat. Wie heißt der Baum nochmal genau? Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Was bedeutet das eigentlich? Warum hat er einen Namen und ist nicht einfach nur der Baum in der Mitte? Und warum will der Herr wohl nicht, dass wir davon essen? Das ist das Nachsinnen im Geist der Söhne Zions. Studieren, Wort Gottes studieren, Gebote Gottes studieren, Willen Gottes studieren. Wow, Gott hat das gesagt. Warum sagt er das so? Was ist seine Haltung dahinter? Ich verstehe das nicht, aber kannst du mir das erklären? Wenn sie miteinander so geredet hätten, dann wären sie vielleicht auf folgende Ideen gekommen. Wow, dieses Gebot, das ist wirklich gut. Es ist gar nicht, dass Gott uns irgendwas vorenthalten will oder irgendwas, sondern das schützt uns, dieses Gebot. Weil der Punkt ist ja, Gott weiß doch viel besser als wir, was gut und böse ist. Hey, das ist total gut, dass wir nicht davon essen. Und wenn wir davon nicht essen, dann zeigen wir damit ja, dass wir das akzeptieren, was Gott sagt, was gut und böse ist und das nicht selber wissen wollen. Wenn wir das einhalten, dieses Gebot, dann ordnen wir uns Gott unter und wir erkennen ihn als Gott an. Hey, das ist total gut, weil wir erleben doch die ganze Zeit, wie gut es hier im Paradies ist. Sie wären gemeinsam zum Ergebnis gekommen, wenn sie nachgedacht hätten über den Namen des Baumes und warum sie wohl davon nicht essen sollen, wären sie gemeinsam sicherlich drauf gekommen, dass es ein total gutes, liebevolles und sinnvolles Gebot ist. Und weißt du, was der Punkt ist? Meine These ist, Eva wäre vorbereitet gewesen auf die Infragestellung der Schlange. Sie war natürlich irritiert, das war eine ganz fiese Strategie und Taktik der Schlange, aber Eva war irgendwie auf die Frage nicht vorbereitet. Aber wenn ihr selber klar gewesen wäre, worum es eigentlich geht und was eigentlich das Herz Gottes dahinter ist und wie gut das Herz Gottes dahinter ist, dann hätte sie gesagt, das will ich überhaupt gar nicht. Es ist nicht nur, dass Gott das verboten hat, ich habe verstanden, warum Gott das verboten hat. Gott ist total gut, dass er das so will. Ich will das gar nicht, ich will gar nicht von diesem Baum essen, ich will, dass Gott das entscheidet, was gut und böse ist. Verstehst du, was ich meine? Seine andere Art des Denkens. Und hier prallen eigentlich schon in dieser Geschichte des Sündenfalls prallen eigentlich schon die beiden Denkweisen aufeinander. Und das ist eigentlich die erste Konfrontation mit dem, was wir griechischen Geist nennen, nämlich ein Denken, das sich erhebt über Gott. Ein Denken, das nicht nachdenkt, wie meint Gott das wohl? Das Nachsinn mit einem gehorsamen Herz, mit einem vertrauenden Herz, mit einem glaubensvollen Herz, das Nachsinn, wie meint Gott das wohl? Ich weiß, Gott ist gut, aber ich verstehe das jetzt noch nicht, was heißt denn, warum der Erkenntnis des Guten und ein bisschen wie meint Gott, warum will er nicht, dass ich davon esse? Das ist Nachsinn über das Gesetz, Nachsinn über das Wort Gottes. Das ist gut, weil da redet Gott zu dir, wenn du nachsinnst über sein Wort mit dem richtigen Herzen. Aber was uns hier begegnet mit dieser Schlange, mit dem, was sie sagt, ist zum ersten Mal das, was wir griechischer Geist nennen, eine Art des Denkens, dass sich Gott nicht unterordet, sondern sich über Gott stellt und Gott beurteilt. Wirklich? Das hat Gott gesagt. Das Denken dieser Welt erhebt sich über Gott und beurteilt ihn und sein Wort aufgrund eigener Maßstäbe, aufgrund menschlicher Maßstäbe, aufgrund von Vorgaben, die wir machen. Wirklich? Gott hat das gesagt? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Dass Gott das gesagt hat? So denkt er. Das passt aber nicht zu unserer Atmosphäre, zu dem, was wir so alles denken. Wie kann er so etwas sagen? Wieso ist Gott? Dass er das will oder das nicht will, das ist ja unmöglich, dass Gott so ist. Das ist das Denken dieser Welt. Und Gott ruft uns zu einem anderen Denken, das einer anderen Logik folgt. Bei Petrus war das, wow, wirklich? Jesus hat dich auf das Wasser gerufen? Das funktioniert nicht. Das hat noch nie funktioniert. Gläubiges Denken folgt einer anderen Logik. Es ordnet sein Denken unter Gott unter und vertraut ihm. Und sind dann darüber nach, was sagt Gott. Und findet heraus, wie gut Gott ist. Und versteht, warum Gott Dinge so will. Und liebt das Wort Gottes. Warum hat er das gesagt? Was meint er damit? Warum will er das? Das sind Fragen aus dem Geist der Söhne Zions. Ich will in Jüngerschaft leben. Ich will Gott gehorsam sein. Ich will leben, wie er es sagt. Deswegen versuche ich, nachzusinnen und zu verstehen. Das griechische Wort, was hier steht, als Jesus zu Petrus sagt, warum hast du gezweifelt? Nicht du Ungläubiger, sondern du Kleingläubiger, wie gesagt. Warum hast du gezweifelt? Das griechische Wort heißt und das bedeutet übersetzt Zweifeln, Zögern, Schwanken. Zweifeln, Zögern, Schwanken. Eigentlich zwischen zwei Dingen hin und her schwanken. Ich glaube, was damit gemeint ist, jemand, der zweifelt, ist nicht ein Ungläubiger. Das ist eigentlich jemand, der glaubt oder glauben will, aber der irgendwie nicht ganz eindeutig steht. Das ist jemand, der zwischen diesen zwei Denkweisen hin und her schwankt. Griechisches Denken, Geister, Söhne, Zierens, der so hin und her schwankt. Ja, auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite, aber andererseits muss man doch auch Folgendes bedenken. Verstehst du, was ich meine? Kennst du das? Auf der einen Seite, ich höre das, was Gott sagt oder wo er mich ruft, aber ist das denn vernünftig? Ja, wer kennt das? Zweifeln, aus hin und her schwanken, aus Zweifeln wird Zögern. Und Zögern heißt immer, dass man eigentlich den richtigen Moment verpasst, weil Glaube ist sofort gehorsam und aus sofortigem Gehorsam heraus passieren Wunder. Zum Glück hat Petrus nicht im Boot schon angefangen nachzudenken, sondern da war er einfach voll Glaube und hat sofort reagiert und hat gesagt, das will ich. Jesus, ich will dir nachfolgen, ich will dir alles nachmachen, so wie du das machst und deswegen ruf mich aufs Wasser. Ich weiß, ich kann das nicht einfach so, aber ruf mich aufs Wasser. Ich will das. So eine Reaktion des Glaubens. Da hat er nicht geschwankt, da hat er auch nicht gezögert. Die anderen haben gezögert. Aber dann, als er draußen war, da fing es plötzlich an mit dem Hin- und Herschwanken zwischen dem Geist des Söhne Zions. Ich vertraue Gott, ich höre sein Wort und weil ich sein Wort höre, folge ich ihm einfach, bin bereit, Wagnis einzugehen, ich bin ihm einfach gehorsam. Oder griechisches Denken, was anfängt, in Frage zu stellen und sich über Gott zu stellen. Sondern ich rufe dich, dass du dich entscheidest und dem Herrn und seinem Wort vertraust und dein Denken ihm im Vertrauen unterordnen hast. Und ich glaube, dass es vielleicht manche hier gibt, ich habe das vorhin gesagt über die elf Jünger, die im Boot geblieben sind, dass es vielleicht manche hier gibt und das Kennzeichen für dein Leben ist eher das Schwanken, hin- und herschwanken, das Zögern, als dass du im Glauben einfach mal Schritte gehst. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, vielleicht hat es auch was mit deiner Persönlichkeit zu tun, mit Dingen, die du erlebt hast oder was auch immer. Aber was auch einfach sein kann, ist, dass du dein Denken noch nicht wirklich untergeordnet hast unter Gott und in deinem Geist, ein Geist des Söhne ziehens hast und frei geworden bist von einem Denken, das immer noch selber Bescheid wissen will, was gut und böse ist und selber beurteilen will und eigentlich sich über Gott erhebt. Ich glaube, dass der Herr dich richtig rausreißen will, dass du so jemand werden kannst wie Petrus, der etwas sieht, was von Gott ist, der ein Wort Gottes hört und der einfach, ganz einfach, klar auf einer Seite steht, Gott hat geredet, ich kann das. Das war erst mal das, bevor er dann auf den Wind geschaut hat. Aber es war erst mal seine Haltung. Das ist Geist des Söhne ziehens. Gott hat geredet. Klar, ich glaube ihm das. Ich ordne mein Denken ihm unter. Wenn Gott das gesagt hat, ist es möglich. Ich steige aus dem Boot aus. Auf welcher Seite stehst du? Schwankst du? Zögerst du? Will Gott dich rausrufen, weil auch unser Zögern macht ganz vieles kaputt. Selbst wenn du es dann später noch tust, hast du vielleicht aber den Moment des Wunders verpasst. Viele Wunder haben ein bestimmtes Zeitfenster und wir können gar nicht das einfach so nachholen, was Gott gesagt hat, indem wir es später machen. Ich möchte die Band bitten, dass ihr mal nach vorne kommt. Ich bin bei Seite 16 angekommen. Ich habe es geschafft. Okay, komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Sondern es ist eine Geisteshaltung, von der ich hier spreche, eine Herzenshaltung. dass wir uns nicht im dass wir uns nicht mehr machen.